Ich komm zu dem Bildschirm und schwitze es direkt weg, alter. Da ist auch der Jan. Ja. 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 Brauchst du trotzdem jetzt nicht so einen Lärm machen, Jan. Ja. Sorry, tut mir leid. Naja. Ja. Achja, wer ist schon wieder hier der Kacknoob? Eigentlich haben noch alle geladen. Ja. Ja. Deine 1080 muss noch vorrennen. Ja. 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 Finde ich irgendwie witzig, wenn dann die Chinesen auch sagen, ich brauche einen Tampon. Ich brauche einen Tampon. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Oh, mein Unterarm ist schon wieder am Arsch, Alter. Okay, brauchst du trainieren? Ja. Gerade eben waren meine Schultern, Alter. Die haben gebrannt. Uh, da wollte er mich holen. Was? Watch out for was? Watch out for what? Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälter. Ah, viel Kürz, oder? Keine Ahnung. Alright. Alright. Ja, ich hab im Ziel gedrückt und dann hab ich einfach nur eine U geschrieben. War auch nicht so nice. Dead Fötus. Look at that Fötus. Ja, nice, Junge. Geh einfach dran. Springladung ist in Position. Voll die Säule. Drohne aktiviert. Ich seh keinen. Jo, die sind schon drin. Lass mal reingehen. Wo sind die denn, Alter? Warte. Ah, he's muted. Ja, ja. Okay. Aber die haben destroyed. Macht den, macht den. Wow. Ja, die Fresse, Alter. Was will der? Ja, man versteht den nicht. Äh, sorry, das war für mich. Was lernt der schon wieder, Alter? Oh, Alter, die Garage ist komplett offen. Oh, Liga, das gemacht. Fuck, Alter. Wo bist du hin? Ah, nicht safe. Jo, ach, da hinten. Nice. Nice, 1,5. Ja, Clutch Time. Ja, so früh, weißt du. Erste Spiel. Ja. Jo, ja, 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 der hat kein Leben mehr, Jan. Der müsste eigentlich dann down liegen. Jo, da liegt der down. Bei mir natürlich nicht im, im richtigen. Ja, oh, Sucker, Fuppen, Alter. Spastenfallen hier wieder. Er fängt schon wieder gut an. Hm. Wir müssen mal auf verschiedenen Maps gute Positionen für Chachanka herausfinden. Hm. So wie ich die zum Beispiel hier auf der Map habe, da in der Garage. Und hier auf der Herford-Basis, unten da. Wie gesagt, Garage war gerade auch komplett offen. Oh, okay. Ich könnte die auch rauf machen mit meinen Kontrollgranaten. Ja, brauchst du nicht. Lol. Brauchst du nicht. Ja, könnte ich, das ist natürlich kritisch hier rein zu gehen. Ich würde es machen. Die Drohne der Gegner hat deutschen Befabensbehälter gefunden. Natürlich machen die jetzt natürlich alles schon wieder zu. Weil ich muss jetzt auch aufpassen, dass die Drohnen mich nicht gut sind. Karten. Karten, hier und da, heute. Kann ich mal die Fresse halten, oder? Es bleiben 10 Sekunden. Oh, oh. Okay, go, 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 go. Klau, Fion. Ja, hier, wo warst du? Was ist das nicht hier? Geh weg! Geh doch weg jetzt! Kannst du jetzt mal die Fresse nehmen? Der Hälter, du mal vier. Weg, 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 weg. Viel Spaß, Fion. Das wird nichts, Alter. Das wird absolut nichts. Das wird absolut nichts. Wenn das, wenn das was wird, dann, 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 fängst du grad. Boah, das ist alles so hell, ey. Wenn man da umso länger mal drauf schaut, umso mehr sieht es aus wie eine Wand. Nein, hinter dir sind sie auf jeden Fall nicht. Sind sie noch nicht da? Ich glaube, die sind schon in Bar. One is coming from Bar. Habste. Hab Twitch. Ich glaube, hier unten ist einer. Ich glaube, auch. Oh, der hat gewartet. Oh mein Gott. Ich wurde entdeckt. Die sind doch komisch, Alter. Die sind doch komisch. Nee, nee. Die IQ hat gerade gestanden. Da gesetzt. Gesetzt. Sieht, die kommt jetzt. Pass auf, pass. Nein, 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 nein. Die wartet doch nur darauf, Jan. Ach, Jan. Campen. Ja, ich bin da nicht so gut drin wie Petschi. Dann zügel dich. Die kommt jetzt, die kommt jetzt, die kommt jetzt. Oh mein Gott, der Spieler. Die guckt da die ganze Zeit. Alter, der Dog hätte tot sein müssen. Nice. Habt ihr, du markierst dann noch oder irgendjemanden und dann bist du tot von da. Oh Mann, oh Mann, Alter. Ja, der hat mir mal richtig schön gegeben. Ja, IQ, ne? Alter, die hat da gewartet, bis ich ranterkam, ne? Und zwar mindestens 20 Sekunden. Go for it. Er will breach it. Oh mein Gott, die machen einfach wieder nichts, weißt du? Oh, Doc, Alter. Er, right in front of the garage. And one is in front of the door. Right in front of the door. Ja, und das ist einfach direkt rechts von Doc. Und der macht nichts. Das Bio-Gefahrgut-Behälter ist. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Das Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017